Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes und einem Beschwörungspart. Ja, der legendäre Heldenbanner ist da mit Ryoma, das haben wir uns ja schon gestern, auch wenn es ziemlich knapp war, auf dem Trailer angesehen. Und für mich persönlich war es so, dass ich jetzt außer Chrome nicht unbedingt viel interessant finden würde. Dementsprechend geht es auf grün, aber da Gunsrow auf dem Banner ist, fange ich mit dem Account an, der Gunsrow noch nicht hat, damit ich mich weniger ärgere. Uh, das spielt mir farblich auf jeden Fall in die Hände. Na mal schauen. Wenn er jetzt gleich dabei wäre, das wäre ja so mega, dann kann ich das direkt abhaken. Aber ja, mal schauen, mal schauen. Auf legendären Heldenbannern hatte ich bis auf äh... Ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal bei einem legendären Heldenbanner Glück? Ich bin mir nicht sicher. Also ja, ich habe viele 5-Stern-Helden gezogen, aber normalerweise ziehe ich nicht unbedingt die Helden, die ich haben möchte. Also, es ist dann eher so, dass ich alles andere vorher wahrscheinlich gefühlt 5-mal ziehe, bis der Held mal rumkommt, den ich interessant finden würde. Bei Gaius war es ja ganz schlimm, Summer Gaius. Bis zur letzten Sekunde habe ich es versucht und dann in der Nacht zum Glück ein bisschen Schwein gehabt. Ich glaube, ich nehme Farblos auch einfach mal mit, weil die Helden, die da drin vorkommen, die sind jetzt auch nicht schlecht. Und für den Account gerade vielleicht auch eine gute Bereicherung. Und je höher ich die Pity-Rate bekomme, umso besser. Achso ja, und Jacob habe ich ja auf dem letzten Banner gar nicht bekommen, also dem legendären Heldenbanner. Ich war nicht auf einem einzigen Account, obwohl ich mit 4 Stück beschworen habe. Ne, mit 3. Auf einem Account hatte ich ihn nämlich schon. Da war es dann nicht so wichtig. Aber ja, die Ausbeute war eher nicht so geil. Chrome brauche ich außer auf diesem Account auch nicht wirklich. Also die anderen haben auch alle einen. Auch wenn ich da auch, glaube ich, bis zur letzten Nacht, wo der Banner nur noch 2 Stunden da war, Ops gefarmt habe und versucht habe, dass es wenigstens noch was wird. Naja, und wenn das Glück weiterhin so bleibt, das werde ich halt diesmal nicht machen. Auch nicht mal für diesen Account, weil ja. So dringlich ist es nun auch wieder nicht. Ich habe nur hier keine wirklichen Wünsche an Helden, wen ich denn so haben möchte. Deswegen ist es jetzt nicht so tragisch, mal ein bisschen rein zu beschwören. Das werde ich auf meinem Main und auf dem anderen, also meinem Let's Play Account auf jeden Fall nicht machen. Weil da sind mir die Sphären viel zu wertvoll. Und diesen Sommer werden auf jeden Fall wieder neue Sommerhelden kommen. Also ganz bestimmt. Und ich bin gespannt darauf, welches sein werden. Ob es wieder zwei Sommerbanner werden, weiß ich nicht. Aber egal, wenn auch nur einer kommt. Und äh... Ich wüsste wirklich zu gerne... Ah, Fee, warum kriege ich dich denn so oft? Warum gehst du denn nicht zu Fleibel? Der freut sich über dich. Aber hier hast du keine Daseinsberechtigung. Du wirst gefordert. Das mache ich zwar jetzt nicht, wenn Fleibel das sehen kann, aber zumindest wirst du aussortiert. Na, ich glaube gerade ist irgendwie nicht so die gute Zeit zum Beschwören. Oder es würde halt auf Rot abgehen. Aber ich widerstehe der Versuchung, weil äh... Huh... Ich ja weiß, dass... Dass das kein gutes Ende nimmt. Wenn das Spiel schon sagt, die äh... Unterkünfte sind wieder voll und ich wirklich nicht weiter beschwören kann, nehme ich das jetzt so an. Viel rumgekommen ist ja nicht, aber äh... Ja, wir haben somit die paar Tage, die der legendäre Heldenbanner da ist, eingeleitet. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall mit euren freien Beschwörungen und anderen Dingen... Nicht, ähm... Anderen weiteren Beschwörungen. Mehr Glück als ich. Lasst es mich wissen, wie es denn heute bei euch so lief. Ansonsten würde ich auch gerne wissen, auf welche Helden habt ihr es abgesehen. Ja, und ich freue mich. Der Tag hat gut angefangen, auch wenn ich nicht wirklich Glück hatte gerade. Möge er heute weiter so verlaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dahin, liebe Grüße, eure Kyoko.